JFT, just fair and direct. Das kam nicht. Vielmehr verhängte er einen Einreisestopp aus Europa in Richtung der USA für die nächsten 30 Tage. Das baute natürlich nochmals Krisenstimmung auf und alle Börsen weltweit brachen weiter über Nacht ein. Wir werden uns das Ganze natürlich gleich anschauen, überlegen, was können wir daraus gegebenenfalls heute machen. Warum ist heute nur ein Video kein Livestream? Ich bin für zwei Tage im Urlaub zu dieser doch volatilen Zeit und habe hier kein so gutes Internet, dass ich live gehen kann. Von daher hier am Morgen zumindest das Video und die Gedanken meinerseits zum DAX. Ganz kurz der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere und gegebenenfalls vortrade definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich jetzt kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder aber auch zum Broker habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Switchen wir auf den Livestream. Dafür mache ich natürlich meine Streaming-Software weg und wir sehen. Moment, ich will erstmal auf die News-Seite mit euch gehen. Hier steht es auch im Kalender. Heute wird nicht viel stattfinden mit Andreas. Der Livestrading rum um 10. Das wird spannend. Er wird diesen alleine abhalten, aber weder der Livestream DAX Long oder Short noch die US Opening Bell. Morgen das Gleiche, aber am Montag geht es natürlich dann wieder an voller Front, an breiter Front weiter. Die Livestreams wieder auf YouTube, dann natürlich auch der Livestrading rum entsprechend dann mit meiner Seite dann auch wieder live. Also Montag wieder volles Programm. Heute und morgen ein wenig Piano. Was ist heute aber wichtig? Und da ist nicht Piano, denn der Markt bewegt sich sehr, sehr stark. Wir sind sehr, sehr volatil, blicken da auch gleich mal drauf. Die EZB hat heute Sitzung und alle schauen natürlich jetzt auf die EZB. Christine Lagarde, eine ihrer größten Aufgaben in ihrer doch noch recht jungen Amtszeit hier als EZB-Präsidentin, muss hier wirklich eine große Entscheidung treffen oder große Entscheidungen treffen. Denn es ist nicht mehr viel Spielraum bezüglich der Zinsen und es wird natürlich erwartet, dass die Zinsen trotzdem gesenkt werden, aber eben auch Konjunkturprogramme mit der Regierung zusammengegebenenfalls auf den Weg gebracht werden. Wir können hier sehr, sehr gespannt sein. 13.45 Uhr bzw. noch viel interessanter. Heute 14.30 Uhr und vielleicht hilft das etwas, den Markt zu bremsen. Wobei natürlich auch die EZB weltweit hier auch nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber wir können darauf gespannt sein. Ein paar Artikel, wenn ihr vielleicht schon mal auf die Märkte geschaut habt, eben auch über die einschlägigen Wirtschaftswebsites. Hier steht es nochmal, Trumps 1 Reisestopp verschreckt die Anleger in Asien. Also natürlich nicht nur die europäischen Aktien und die Aktienmärkte in den USA tief im Rotbereich, denn auch hier die asiatischen Märkte natürlich wieder weiterhin abwärts drückend. Natürlich wird heute auch der VDAX erneut etwas höher eröffnen bzw. nicht nur der VDAX, sondern auch der WIX. Also hier alle VDAX oder alle Volatilitätsindikatoren werden heute wieder etwas nach oben schnallen. Wir haben hier schon Extreme, aber es ist natürlich so, die Angst ist natürlich nach wie vor im Markt drin. Auch der Fear and Greed Index nach wie vor. Wir waren schon bei 3, waren dann gestern bei 4. Aber ich denke, dass wir heute durch den Schlag nochmals in den Nacken auch durchaus hier nochmal ein Stück weit tiefer eröffnen könnten. Auch in diesem Fear and Greed heute Nachmittag. Gehen wir auf die Märkte, wer es noch nicht gesehen hat. Wir hatten den Schlusskursbereich um 22 Uhr, Bereich um die Marke 10.300. Wir hatten den Schlusskursbereich um 17.30 Uhr, noch um die Marke 10.400. Und aktuell stecken wir hier unten im Bereich um die Marke 9.800. Also die 10.000er Marke wurde in der Nacht quasi übersprungen. Und jetzt gehen wir mal auf den Xetra-Markt, den wir uns am Wochenende schon angeschaut haben. Und am Wochenende noch, beziehungsweise der Schlusskurs am Freitag war ja noch locker über 11.000 Punkte. Und wir sind natürlich mit dem Montag schon mit mehr als 1.000 Punkten Minus sehr, sehr stark unter Druck geraten. Wir hatten hier wirklich noch verhältnismäßig hohe Schlusskurse vergangene Handelswoche Freitag. Nun haben wir wieder Donnerstag, morgen wieder Freitag. Und mal schauen, wo wir dann am Wochenende stehen. Es ist grundsätzlich erstmal nicht auszuschließen. Das war ja ein Gedanke fürs übergeordnete Bild vom Wochenende. Dass wir quasi, wenn wir die eine Trendlinie, ich nehme mal mein Zeichenwerkzeug nochmal mit hinzu. Wenn wir die eine Trendlinie, die wir hier zeichnen konnten aus den Bereichen 2016, 2018, diese Tiefs. Wenn wir diese Trendlinie durchstoßen, dass es erstmal als ein realistisches Ziel gilt, dass wir die nächste Trendlinie anlaufen. Die aus den Tiefs 2009, aus den Tiefs 2011 gezogen werden konnte. Die da aktuell erstmal natürlich logischerweise ganz locker unter 10.000 liegt. Es ist, ja doch unter 10.000. Es ist in etwa der Bereich um die Marke 9.600. Der aktuell Pi mal Daumen hier diese Trendlinie darstellt. Und wir sehen auch aus der Vergangenheit, dass wir in diesem Bereich um die Marke so zwischen 9.800 und 9.600 zumindest erstmal einen Bereich bekommen, wo der Markt sich schon ein paar Jahre aufgehalten hat. Wir müssen hier jetzt wirklich von Bereichen sprechen. Wir sind ja jetzt hier quasi im Wochenchart. Wir kommen hier in einen Bereich rein, den der Markt quasi Ende 2013 angefangen hat immer wieder auszubauen. Und 2014, 2015 dann irgendwann verließ, beziehungsweise vielmehr 2016 irgendwann verließ und wieder nach oben weiter ging. In diesen Bereich kommen wir rein. Dieser Bereich sollte übergeordnet, auch wenn man aufs Volumenprofil schaut, zumindest rein theoretisch erstmal unterstützend wirken. Und das ist dann der Bereich 9.600, beziehungsweise dann eben auch, wenn man so grob die Mitte nimmt, vielleicht auch der Bereich um die Marke 9.400, die der Markt hier noch sehen kann. Das sind weitere 1.000 Punkte. Ich möchte den Teufel nach wie vor nicht an die Wand malen. Wir sind nach wie vor short-tendierend unterwegs. Hatten gestern quasi das perfekte Short-Setup aufgebaut. Ähnlich gilt es natürlich auch für den heutigen Tag. Aber wenn wir dann anfangen, eben uns auch wieder ein wenig zu erholen, solange es nicht soweit ist, ist es eben nicht so lange soweit. Aber ich möchte jetzt hier auch eben natürlich immer Tag für Tag auf den Markt schauen. Und gut, dass wir nicht gestern Abend die Analyse hier schon, oder dass ich nicht gestern Abend die Analyse schon aufgenommen habe, sondern jetzt wirklich am Morgen noch abgewartet habe, was passiert über Nacht. Denn Donald Trumps Ansprache stand ja schon fest, dass er reden wird und das noch abgewartet. Somit hier der Blick dann doch auf sehr, sehr tiefe Markte. Wir hätten, denke ich, gestern eine Analyse stattfinden lassen, die noch weit höher gelegen hätte. Und ich denke, mit den Bereichen hier 9.800 hätte ich mich gestern Abend höchstwahrscheinlich noch nicht beschäftigt. Was war der gestrige Gedanke? Und jetzt wollen wir natürlich auch an den heutigen Tag denken. Was können wir hier machen? Ich zugegebenermaßen, wir haben heute natürlich wieder einen Tag mit starkem Druck. Wir werden hier, zwar in der Nacht wurde der Bereich gehandelt, im Gegensatz zu dem Bereich von Freitag zu Montag, wo wir ja dann schon einen Tag hatten, der relativ schwach war, sind wir heute natürlich nach wie vor sehr, sehr stark unter Druck. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt erst mal zwei Tage auch nicht im Büro bin, somit höchstwahrscheinlich auch weniger handeln werde. Ich werde natürlich immer mal auf die Märkte schauen, aber solche extreme Tage, auch gerade mit der EZB heute. Ihr erinnert euch an die Interimszinssenkung der FED vergangene Handelswoche, Dienstag, wo wir dann wirklich so 500 Punkte, aber kurz am DAX nach oben gesprungen sind. Diese Volatilität ist natürlich nach wie vor da, das ist Fakt. Volatilität bedeutet eben auch, dass zusätzlich, nicht bedeutet, sondern zusätzlich auch teilweise die Liquidität fehlt und Intraday-Sprünge immer wieder denkbar sind. Und gerade dann eben heute mit der EZB werden wir mal schauen, was uns der DAX da so präsentiert. Der gestrige Gedanke war noch, der Verkauf 10.780, das ist in etwa 1000 Punkte höher gewesen, als wir heute stehen. Hier oben diese zwei Bereiche, gestern auch noch verhältnismäßig für die aktuelle Situation, unvolatile Bereiche. Gleichzeitig hatten wir uns herausgepickt, quasi, um hier den Markt zu verkaufen. Das waren perfekte Setups. Und wenn man das hätte laufen lassen, was definitiv nicht mein Gedanke war, muss ich an der Stelle offen und ehrlich zugeben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir heute wirklich so tief stehen. Dann hätte man natürlich jetzt wirklich 1000 Punkte auf der Uhr, denn es war gestern mehr oder weniger eben dann das Tageshoch, was wir dann vormittags schon hier formuliert haben. Sehr, sehr schön und was man wirklich auch in Perfektion umsetzen konnte. So, schauen wir auf den heutigen Tag. Es ist natürlich jetzt so, wenn wir uns das Ganze mal auf dem Xetra-Markt, auf diesem Wochenchart anschauen, werden wir ja jetzt wirklich mit Vollgas die Tiefs aus 2018 durchstoßen. Also wir haben jetzt mittlerweile in dann eben, ja, fast drei Wochen mehr als die Performance des Jahres 2019 wettgemacht. Also schon ordentlich Druck auf der Kante und mal schauen, wo es uns da noch hinführt. Ob wir vielleicht, und das steht ja schon fest, in der Zeit, in der Kürze der Zeit, das hat der Markt annähernd noch nie gesehen. Auch 2008 wird natürlich in der Schnelligkeit so langsam völlig überschritten. Und wenn wir jetzt eben weiter nach unten laufen, dann werden wir natürlich hier neue Rekorde aufbauen. So, wir kommen jetzt in den Bereich um die Marke 9.800 rein. Das ist in etwa der Bereich hier, wo jetzt gerade mein Kreuz steht. Und wir haben die Tiefs 2018 beziehungsweise 2019, dieser Jahreswechsel, diese Jahreswechsel Tiefs hier kurz vor Weihnachten, die liegen im Bereich um die Marke in etwa so 10.200. Also ist natürlich jetzt grundsätzlich der Bereich 400 Punkte, ist natürlich nicht viel. Diese Tiefs im Bereich um die Marke 10.200 sind natürlich dann für mich heute erstmal auch der richtungsentscheidende Bereich. Sprich, solange wir, und das sind dann eben auch in etwa so die Tiefs des gestrigen Abends, Moment, müssen wir nochmal kurz schauen, bevor wir jetzt falsch sind, genau. Das ist so in etwa die Tagestiefs des gestrigen Tages aus der, ja, bis 22 Uhr Session. Solange der Markt da drunter bleibt, das ist erstmal so der richtungsentscheidende Bereich und gilt natürlich somit auch als ein Triggerbereich, dort Verkäufe reinzulegen. Wir haben dennoch eben natürlich auch den psychologisch wichtigen Bereich 10.000, der hier definitiv wichtig ist und somit natürlich auch als Widerstand gilt und als Short-Trigger gelten kann. Also leichte Erholung, 200 Punkte in Richtung 10.000, beziehungsweise habe ich hier eben aus der Vergangenheit den Bereich um die Marke 10.060, quasi 10.065 auch als einen eigentlich Unterstützungsbereich. Jetzt wird es natürlich zum Widerstand. Und somit ist das ein Punkt, der interessant wird für erneute Verkäufe. Ihr wisst, ein bisschen konservativer, Nachttiefs vielleicht erstmal als Angriffspunkt. Die sind tief genug, das sind mehr als 400 Punkte, das ist, ja, in Anführungsstrichen ausreichend. Und dann natürlich auch der Test dieser Tiefs des vergangenen Jahres, Schrägstrich des Jahres 2018, um hier natürlich auch die Abwärtsseite erstmal aufzunehmen. Hingegen meine Annahmen, dass wir gegebenenfalls erstmal uns so ein bisschen seitwärts auspendeln, die Tiefs ausbauen, dann vielleicht auch mal zurückbouncen. Diese Annahme, die hat sich natürlich jetzt erstmal auch mit dem Druck nach unten wieder so ein bisschen relativiert. Werden wir uns dann morgen anschauen, beziehungsweise spätestens am Wochenende. Bedeutet, dass ich da unten jetzt nicht kaufen werde. Also ich werde hier unten in dem schwachen, sehr, sehr schwachen Umfeld keine Käufe etablieren. Es war ja gestern, vorgestern noch mein Gedanke, dass ich eventuell, wenn wir eben nicht mit Druck wieder Tiefs ausbauen, sondern Tiefs ausgebaut werden, die sofort vielleicht wieder zurückerobert werden, dass ich dann vielleicht sogar mal einen sehr, sehr antizyklischen Kauf wage. Das habe ich bis jetzt noch nicht getan und werde ich natürlich an so einem Tag wie heute dann auch nicht tun. Da muss erstmal wieder so ein bisschen was passieren. Das wird natürlich jetzt A, weil ich im Urlaub bin und B, natürlich aufgrund der Schwäche dann heute, wird das natürlich auch höchstwahrscheinlich morgen nicht passieren. Erst wenn wir, und das ist die früheste Situation, erst wenn wir über den Bereich in etwa so 10.200 kommen, dann wären gegebenenfalls wieder mal die ersten Erholungsgedanken erlaubt. Allerdings muss man jetzt sagen, dass wir aus der aktuellen Handelswoche natürlich mit den Tiefs hier am Montag, dann eben gleichzeitig auch nochmal mit diesem Bereich, der Tiefs hier am, das ist das dann Dienstag gewesen, das ist so die Zone 450 Pi mal Daumen, das ist natürlich auch nochmal ein massiver Widerstandsbereich, weil es dann eben vorher auch wirklich nochmal merklich Unterstützungsbereich war. Bedeutet, wenn wir den 10.200er Bereich überschreiten, kommt nochmal eine ordentliche Wand im Bereich 10.400, 450. Das sind dann nur 200, 250 Punkte. Bei den aktuellen Volatilitäten ist das ja teilweise nicht viel. Das würde zwar bedeuten, dass wir wahrscheinlich ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis hinbekommen, aber höchstwahrscheinlich wird es halt, wenn überhaupt, so richtig grün erst, wenn wir diesen Bereich dann nach oben durchstoßen. Gleichzeitig kann man jetzt hier so eine Trendlinie zeichnen, die fast auch mit dieser dunkelgrünen Linie quasi so einhergeht. Und das wird so, wenn wir in dem Bereich da unten bleiben, vielleicht die Tiefs heute nicht massiv weiter ausbauen, wird das fürs Wochenende dann eben auch so ein richtungsentscheidender Bereich werden. Und das merke ich mir natürlich jetzt, aber aktuell sieht es halt wirklich ziemlich düster aus, zugegebenermaßen. Aber auch nur in Anführungsstrichen in Indizes. Die Volatilität ist natürlich nach wie vor da. Also wir sind im Euro-S-Dollar mittlerweile ja auch ein bisschen volatiler unterwegs, aber da ist nicht viel passiert und mal ein bisschen zurückgekommen zwischen den ganzen Widerständen und Unterstützungen hier hin und her pendelnd. Und der Goldpreis, der gab ja gestern einen schönen Trigger. Wir hatten uns ja gestern zwei Szenarien herausgesucht. Das erste Szenario paute dann leider Gottes nicht hin. Da musste man, wenn man es so gehandelt hat, einen kleinen negativen Trade hinnehmen. Entweder der Breakout war ja der Gedanke, oder aber Breakout abwarten, Test des Breakout-Levels, um dann zu kaufen. Und hier sieht man, dass der Markt direkt wieder nach unten wegbrach. Kleinere Stops an der Stelle hatten wir anvisiert. Und dann eben der Bruch der Unterseite war dann das zweite Szenario, dass eben das Ganze hier oben eben nicht funktioniert, der Widerstand grundsätzlich hält. Und wir dann eben hier auf der Abwärtsseite laufen können. Und genau das brachte dann gestern im Gold nochmal wunderbar Profit. Gleichzeitig eben auch der Gedanke hier, den Ölpreis mit dem Bruch der Trendlinie zu shorten, brachte genau so einen sehr, sehr schönen Trade ein. Denn wir sind hier im Bereich um die Marke so 34,50. War so die Short-Idee. Und wir sind aktuell im Bereich unter 31,50. Also hier ist dann eben nicht extrem, aber eben auch schon mal 3 Dollar auf der positiven Seite. Also zumindest diese Gedanken haben hingehauen. Auch der Short-Gedanke gestern im DAX. Und mal schauen, ob eben hier für den heutigen Tag übergeordnet. Also ich werde hier nicht im Day-Trading auf irgendwie ein paar kurze Punkte gehen, sondern wenn dann wirklich die großen Levels im DAX handeln, dann eben entsprechend vorrangig erstmal auf der Abwärtsseite. Ich wünsche euch für den heutigen Tag erstmal Good Trails und Mega-Trading. Ich lade das Video jetzt schnell hoch, sodass ihr es hoffentlich 8.50 Uhr habt. In diesem Sinne, euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.